Wir können selbstständig arbeiten, also das kann man in der Schule auch, aber das ist hier schon ein bisschen was anderes und ja, das macht Spaß. Ich finde auch hier ist es schöner, da man hier selber Sachen suchen kann und auch Aufgaben selber lösen kann. Ich fand es heute sehr interessant, da wir sehr viel Neues dazugelernt haben. Als wie das wir es eigentlich in der Schule lernen könnten. Die Ausstellung ist wirklich groß, also ich hätte jetzt von außen nicht gedacht, dass das Museum wirklich so für die Verhältnisse riesig ist. Man kann so praktisch mal was machen, man sitzt nicht nur im Klassenzimmer. Der Unterschied zur Schule ist, in der Schule müssen wir da sitzen und im Buch lernen und abschreiben und hier können wir es selbst lernen und ja. Die Schülerinnen und Schüler der Nünning-Realschule aus Borken reden hier so begeistert über Biologieunterricht. Allerdings nicht im Klassenraum und auch nicht in Form des ungeliebten Ratespiels Lehrer fragen, Schüler antworten. Die Neunklässler sind zu Gast im Medizin- und Apothekenmuseum in Rede. Es geht um Infektionskrankheiten, Hygiene und Gesundheitsvorsorge, damals wie heute. Vor ihrem Besuch haben die Jugendlichen einen Test in der Schule geschrieben. Wir haben die Gruppen erstmal heterogen eingeteilt, das heißt aufgrund dieses Testes, was die Grundlage bildete, haben wir dann bessere Schüler und nicht so gute Schüler in eine Gruppe gefasst. Und das hat die ganze Situation natürlich erleichtert. Leute, die dem Thema schon ein bisschen näher waren, konnten den Schwächeren helfen und das ist ja auch das Ziel des Ganzen. Die Zeiten des Frontalunterrichts, wo der Lehrer doziert und die Schüler mitschreiben, sind vorbei. Heute geht es in der Schule um Kompetenzlernen, will heißen, durch das aktive Beschäftigen mit einem Thema und zwar nicht nur allein, sondern auch in der Gruppe, erziele ich letztendlich einen wesentlich höheren Lernerfolg. Entwickelt wurde das Museumskonzept von Michael Radermacher. Der lobt vor allem die gute Zusammenarbeit von Schule, Kreis und Museum. Also hierbei muss man wirklich sagen, dass das sehr gut gelaufen ist. Es hat ursprünglich im August erste Vorgespräche gegeben und während dieser Vorgespräche ist uns die Idee gekommen, dieses Museum als außerschulischen Lernort in Unterricht zu integrieren, was auch eine Besonderheit ist. Denn kompetenzorientierter Unterricht, insbesondere in Biologie, hier mit den Schwerpunkten Humanbiologie bzw. Gesundheitserziehung, ist etwas, was eigentlich eher dröge im Unterricht läuft. Und deswegen war sowohl von Seiten Lernen vor Ort, Bildungsbüro im Kreis Borken, als auch hier von der Leitung des Museums sofort die Bereitschaft, da mal was ganz Neues zu machen. Im Jahr 1811 starben in Rede innerhalb von drei Monaten 73 Menschen. Die Jugendlichen stellten zu Anfang ihres Besuchs verschiedene Vermutungen zur Todesursache an. War eine Krankheit schuld? War es der Krieg? Eine Hungersnot? Im außerschulischen Lernortmuseum kamen die Schüler den historischen Zusammenhängen auf die Spur. Der aktuelle Bezug zur Gesundheitserziehung und zu hygienischen Fragen wurde bei Besuchen in einer Apotheke, bei einem Friseur, bei einem Reda-Zahnarzt sowie von einem Kinderarzt hergestellt. Ich bin der erste Kinderarzt hier in Rede und ich habe denen auch schon gesagt, die können mich zum Schluss dann ausstopfen und ins Museum stellen. Übrigens, Schuld an der hohen Sterberate in Rede im Jahr 1811 war die Infektionskrankheit Ruhr. Dieses Ergebnis und weitere Erkenntnisse ihres Besuchs im Museum stellten die Jugendlichen in einer Abschlusspräsentation vor. Das neue Unterrichtsmodul Außerschulisches Lernen soll nun kreisweit, auch in anderen Fächern und in anderen Museen, für die Klassen 8 bis 10 für alle Schulformen eingesetzt werden. Lehrerin, Schülerinnen und Schüler zeigten sich gleichermaßen begeistert vom neuen Lernkonzept. Also ich denke, dass es die Mischung natürlich macht. Ich kann jetzt nicht sagen, wir können jeden Tag in irgendein Museum fahren und dadurch ist nachher der Wissenszuwachs groß. Aber ich sage jetzt mal, die Mischung aus Schule und dann gekoppelt mit so einer praktischen Einheit, mit einem Besuch im Museum, mit den Interviews, mit dem Sprechen mit Spezialisten, das macht die ganze Sache natürlich aus und verinnerlicht auch einfach. Diesen Tag werden die Schüler nicht mehr vergessen, das muss man einfach sagen. Und das, ja, sorgt für einen hohen Lernzuwachs. Recht gut, viele Informationen und viel auch ausgestellt, auch von früher und, ja. Also es gefällt mir wirklich gut, weil man hier auch wirklich sehen kann, wie die Sachen wirklich aussehen und nicht nur immer Fotos hat und der Lehrer dann vorne steht und einem alles sagt und das und das. Und dass man halt hier wirklich selber alleine was machen muss, beziehungsweise in der Gruppe und sich da dann auch richtig mit den anderen auseinandersetzen kann und besprechen kann, ob das jetzt wirklich so ist, wie man das eigentlich denkt, dass es das ist. Ja, gefällt mir recht gut hier. Es ist auch viel von früher ausgestellt, wie es früher so war mit den Impfungen. Ja, also es war gut. Man hat gesehen, wie das früher war und dass es halt schlimmer war und dass es heute eigentlich schon ziemlich gut ist, wie das so ist. Und, ja, war ziemlich interessant eigentlich. Also ich finde es sehr schön hier. Also man kann mehr Praktisches lernen. Man lernt viel über das Impfen und ob das wichtig ist oder nicht. Also ich finde es sehr wichtig für jede Person, denn man kann dadurch mehr Krankheiten auslöschen und es sterben auch nicht mehr so viele Menschen auf der Welt. Also in der Schule ist es oft sehr langweilig, weil man nur rumsitzen kann und den Lehrer zuhören kann. Und so wie hier kann man das auch selbst entdecken und dann mit anderen Spaß haben dabei noch gleichzeitig. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020